Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Für die meisten von uns sind die Ferien leider seit einer Weile vorbei und der Alltag hat uns wieder eingeholt. Zum Glück können wir unsere schönen Ferienerinnerungen wenigstens kulinarisch immer wieder auffrischen, dank der vielen Spezialitäten, die auch bei uns erhältlich sind. Ganz zopperst auf der Beliebtheitsskala stehen natürlich Witze. Und da sind Sie bei GOP wieder einmal mehr an der richtigen Adresse. Allein von Goldstar gibt es sechs verschiedene Varianten mit einem Boden, der wie in einer Pizzeria nach dem Originalrezept hergestellt, mit feinen Zutaten belegt und vor dem Tiefkühlen vorgebacken werden. Darum sind die Pizze immer herrlich knusprig und riechen wie frisch aus dem Holz oben. Auch in unserer Tretörabteilung sind Pizze erhältlich und zwar frische. Unter der Marken Lussardi reich beleid mit Pilz, Schinken, Artischocken, Käse oder Speck. Auch diese Spezialitäten von Lussardi möchte ich Ihnen wärmstens empfehlen. Pizzateig mit Hefe ist normalerweise tiefgekühlt. Wir offerieren Ihnen jetzt einen Pizzateig mit Hefe, der frisch ist. Wenn Sie also gerne Pizza selber machen, den neuen Pizzateig mit Hefe von GOP einfach direkt aus dem Kühlschrank auswallen und nach Wunsch belegen, backen und schon können Sie eine lustige Pizza geniessen. Auch nach einer besonders guten Pizza sollte man Zahnpflege nicht vergessen. Entdecken Sie Odol Dent 3, die Dreifachvorsorge. Weiss gegen Karies, Rot gegen Zahnfleischprobleme, Blau gegen Zahnsteinneubildung. Die Dreifachvorsorge in einer Zahnpasta. Odol Dent 3 bietet mir und meiner Familie genau die Vorsorge, die wir brauchen. Neu, Odol Dent 3, die Dreifachvorsorge. Wir kommen zu der Rubrik «Test». Normalerweise kommt hier unsere Konsumentenschüre zu Wort und beurteilt Neuheiten oder Stichproben aus unserem Sortiment. Diesmal sind wir ein bisschen anders vorgegangen und sind direkt in den Laden fragen, was unsere Konsumenten vom GOP 1-Tee halten. Wie finden Sie den GOP 1-Tee? Er ist nicht so süss wie andere. Es hat sicher weniger Kalorien drin. Und was findest du? Es ist super, spitze. Und was ist Ihre Meinung zum GOP 1-Tee? Natürlicher Geschmack, sehr erfrischend. Ich kaufe ihn übrigens schon lange. Wie finden Sie den GOP 1-Tee? Ja, ein bisschen dunkel. Ist doch nicht etwa ein Alkohol drin. Diese Testergebnisse decken sich auch mit meiner Meinung. Er ist nicht so süss, er riecht natürlich und er ist ausserordentlich erfrischend. Und was der Herr gemeint hat wegen der Farbe, natürlich hat es im GOP 1-Tee keinen Alkohol. Es gibt einfach helleren und dunkleren Eistee. Und der von uns ist jetzt ein bisschen dunkler als andere. Wenn Sie sich während der Ferien um nichts mehr kümmern möchten, nur noch erleben, geniessen, sich verwöhnen lassen oder einfach sich selber sein, dann sollten Sie sich für GOP Extra Reisen entscheiden. GOP Extra Reisen? Grüezi! Ein Team von kompetenten Fachleuten mit langjähriger Erfahrung im Organisieren und Durchführen von Reisen erwartet und beraten Sie gerne an allen Fragen, die Ihre Ferien betreffen. Eine tadellose Organisation und die aufmerksame Betreuung von unserer motivierten Reiseleitung sorgen für einen problemlosen Ablauf der Reise und einen unbeschwerten Ferienaufenthalt. Alle Angebote werden von unseren Spezialisten an Ort und Stelle getestet. Darum können wir voll dahinter stehen und darum haben Sie die Sicherheit, dass nichts Ihrem Ferienvergnügen im Weg steht. Und dass es uns Spass macht, für Sie trotz dieser Leistungen immer wieder die günstigsten Angebote aufzuspüren, das möchten wir Ihnen heute gerade noch einmal mehr beweisen. Eine Woche Dominikanische Republik im Clubhotel de Camerón, direkt am Palmerstrand, gibt es inklusive vielen Sportmöglichkeiten schon ab unglaublichen 1790 Franken. Buchung und den Neuprospekt bestellen können Sie unter der Telefonnummer 157 05 50. Die Leitungen sind wie immer bis am 9 besetzt. Also viel günstiger kann man bei uns zu Hause auch nicht leben. Ausser dass es dann, man orientiere sich an den Aktionen, die diese Woche in unseren Läden angeboten werden. Da gibt es zum Beispiel die Gallia-Melone aus Israel für nur 2,40 € und den Coop-Früchtequark im Duo für 1,10 €. Die 32 Arni-Branchen im Multipack kosten 8 Franken. Verschiedene Wäschmittel sind jetzt ebenfalls günstiger. Zum Beispiel 3 kg Biancomat Kompakt kommen Sie über für 9,90 €. Und ausserdem offerieren wir Ihnen zwei BASF-Videokassetten E180 für 12,50 Franken. Und hier noch der Coop-Preisabschlag. 500 g Spaghetti Grossi von Napoli kostet ab jetzt nur noch 1 Franken. Im Coop-Restaurant steht übrigens unter anderem ein Hirschpfeffer nach Bündnerart auf der Karte. Für unglaubliche 9,90 €. Eine Gelegenheit, die niemand verpassen sollte, die gerne wild ist. Bestimmt kennen Sie unsere Rezepte, die jede Woche in der Coop-Zeitung erscheinen. 45 von diesen Rezepten sind jetzt in einem Kochbuch unter dem Titel «Gut und günstig frische Saison-Cüchette» zusammengefasst worden. Sie können das Buch bestellen mit dem Coupon aus der Coop-Zeitung von dieser Woche und zwar für 10 Franken plus 3 Franken für Sandspesen. Und mit diesem Hinweis bin ich am Schluss vom 37. Coop-Studio dieses Jahres. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Und noch einen schönen Abend. overnight runter Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. BR популярische Saison